ja bis die probe eintrifft ist so unheimlich und was wird schon gut gehen wir haben jetzt im fokus südkorea frankreich terror in kasachstan ich sag ja hier ist irgendwas mega faul sind doch zwei feindliche agenten aber wir haben keine alien direkt gesehen ich meine wir kriegen schon für xenoforschung durch plopp so südkorea und entrea sind jetzt rivals ja südkorea ist noch unter kontrolle von der schutzherrschaft das heißt sie sabotieren jetzt unsere zukünftigen alliierten also sie sorgen dafür dass wir jetzt feinde haben und wenn wir später übernehmen dann sind es halt unsere feinde wo wir es gar nicht wollten aber ist egal wir haben dich du guckst dir die alien aktivität an du kümmerst dich um die komischen pflanzen hier direkt vor ort du musst dir die alien aktivität an ja rip tag ist unser kurier tux tuxes aufräumen nalgo ist knacken kasachstan ist gesichert auch wenn es immer schlimmer aussieht alles kannst du was knacken 15 prozent ja komm one two one two targeting the center of power what's the op wir haben noch genug ja we are taking power bämm bämm auch wenn wir dann noch roter werden aber okay ist okay ist okay wir haben 51.000 wir können ja mal ganz kurz hier ein zwei sachen abtreten haben gar nicht so viel wobei weil das reicht jetzt erstmal jetzt kommen wir schon bei menschen nein kannst du kannst du kannst du kannst du ich würde eigentlich noch ganz gerne gucken ob einer von den alien ist ready to go ready for my mission 81 ist in pakistan ist keiner von hier wir haben zwei in kasachstan die haben bei 89 prozent wahrscheinlich eher einer von der schutzherrschaft der das wieder flippen will oder so ich denke wenn ich in alien gewesen wären hätten wir das gerne direkt bei der abschlussstelle auch gefunden das mal das menschliche aktuelle so want to want to klappt und das sollte jetzt super easy für sie sein pflanzen verbrannt erforschung du brauchst noch eine ganze weile noch ein halbes jahr was lassen wir trotzdem so weiter exuditen bauen flotten auf dem mond und spot nummer drei ja okay fehlt nur noch einer fehlt nur die exekutive die bevölkerung mag uns das ging ziemlich schnell innerhalb von drei monaten oder was von kennen uns überhaupt nicht zu bohr sind das helden sehr gutes propagandateam okay noch mal das ganze nalgo crack tux smash und wir beiden was macht ihr beiden es gibt jetzt nichts mehr alien mäßiges anzugucken das heißt ihr geht einfach nur nach hause ja oh du hast noch ja pflanzen überall aber es ist russland russland kann ruhig pflanzen haben brasilien auch brasilien hatte keine armeen das irritiert mich jedes mal ja ganz südamerika hat keine armeen what the fuck ja ne das muss dann weg ähm ähm ein zwei ops punkte da rein direkt investment ist günstiger dann jetzt mal mit den ganzen research center anfangen ne jetzt machen wir die self driving cars die wir schon vor einem jahr anschmeißen wollten und 50 kontrollpunkte ja das ist sehr sehr praktisch dann machst du die plus ein investigations wenn all counts dass er den aliens ja damit wir die dann auch besser ne scannen kann wobei die das hauptproblem wenn wir einen alien finden wird sein dass ihr espionage nicht hoch genug ist um das zu töten hier sind wenn ich zahnräder sehe bin ich neugierig taiwan nein braucht drei bringt sechs macht schön für security kostet geld muss kriminell sein wir haben keinen kriminellen wir haben einen korrupten aber wir haben keinen kriminellen so in äh quatsch espionage ist irgendwas noch bei zwei punkte für einen punkt ist nicht gut zwei punkte für einen ist nicht gut ein für eine ist okay must have government hat sie nicht must have criminal hat sie nicht drei für drei das ginge und er hat sogar ein mission control ja wie kriegen wir bei dir drei punkte frei in dem wir operations ist unschön welfare kann erstmal warten und das kann erstmal warten so so dann sind wir nachher bei 16 kriegst du noch ein espionage 17 das könnte okay sein für einen für einen assassin ist kein polar wolf ne aber wir sollten nicht so hohe maßstäbe maßstäbe ansetzen ja es wird noch du wirst auch noch ein polar wolf werden we've 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 jetzt der knockout hinterher wir haben jetzt diese neue xeno pflanzen nicht anpflanzt forschung durch wir können es immer noch nicht wiederholen eventuell haben sie es ganz ausgenommen mit dem wiederholen kasachstan ja es ist einer von der schutzherrschaft gewesen definitiv arsch und nochmal alien terror in kasachstan hier muss doch ein alien sein verfügbar wir müssen uns ihn angucken China es ist nur acht mission control wir bräuchten viel zu viel dafür ne achtunddreißig mal ja achtunddreißig mal sechs nein ähm ja idealerweise welcher player hat denn jetzt noch was so über die haben komischerweise gerade fast 200 punkte verloren weiß gar nicht wie das kommen konnte die werden sich zurückholen alle anderen sind am cap aber die first könnte sich ein zwei davon holen einfach nur zum ärgern das würde sehr gut passen ich hoffe das machen die also ich wäre sehr scharf drauf das zu schnappen wenn wir nicht schon südkorea kasachstan frankreich plus den ganzen block plus unsere ganzen ausblut länder hätten aber wir haben sie halt und unsere sachen sind definitiv besser als irgendwas davon zu kicken und china zu nehmen ja trotzdem interessant zu sehen was in der nachbarschaft passiert dann dann würden wir gerne manage und du magst plötzlich nordkorea falls wir es doch irgendwann mal ne so und das kostet mir zu viel geld das alles ordentlich zu machen äh zu viel ressourcen wir werden das ganze ding jetzt einfach oh sehr schön wir werden das ganze ding jetzt einfach ach es ist stinkig geworden du bist es auch die ganze zeit bei kasachstan rumeiert und uns das immer wieder abluchst da kannst du jetzt nicht meckern dass wir das gleiche machen also kannst du schon aber wird nicht ganz so standfest äh ja dann einmal Südkorea sichern in tschugs mhm 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 m allied tschugs mhm mhm. Kann tschugs auch angucken? ja, äh tschugs geht immer wieder nach hause und booste Kanada tschugs Начina So, haben wir noch Tux. Tux kann jetzt... Ah, 30% und in Kasachstan. Das ist ein Alien. Angucken. Du wirst da nichts sehen. Womit kannst du ihn gerade... ...investigate counselor mit dem Ding? Das müsstest du mal kurz abgeben. Confirm. Und das gibst du bitte ihm hier. Und du kickst den dafür raus. Ja, 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 ja. Äh, Nalgor. Ja, Nalgor sichert doch nicht Südkorea. Du scannst auch das Alien. Damit wir gleich mehr Informationen haben und in der nächsten Runde vielleicht schon Piu-Piuen können. Äh, RIPDARC. Du müsstest dann bitte sichern. Und jetzt sollte das halbwegs optimiert sein. Forschung sagt, das braucht noch lange. Das braucht auch noch eine Weile, aber wir haben dann schon mal Great Nations. Dann müssen wir nur noch warten, bis dann danach die Forschung freigeschalten wird, ne? Gut. Fisch. Continue. Permanent. Auf Ceres ist Krams fertig. Hier könnten wir jetzt Operations Center machen. So ein kleines bisschen zumindest, ne? Aber was anderes würden wir hier eh nicht bauen. Ja, dann gib mir bitte noch einen Fission Reactor. Und noch einen Fission Reactor. Und dann ein Operations Center. Und noch ein Operations Center. Müsste okay sein, ne? Wir binden hier wieder eine zweite Farm ganz nett, aber man kann nicht alles haben, ne? Ja. Raus. Sanctions. Äh, Syria geht schlechter. Ja. Syrien ist nicht ganz so wichtig. Ah, Kasachstan. Da unten. Da bin ich jetzt gespannt, was passiert. Die 61% sind nicht so pralle. Local Economic Boom in Kanada. Äh, wir geben denen nochmal mehr Geld und die kriegen mehr GDP. Which increases in inequality and environmental damage. Wie ist die Ungleichheit in Kanada? Ist okay. Wenn wir jetzt den GDP erhöhen, kriegen wir auch mehr Investitionspunkte, ne? Ja. Ja. We found nothing of note. Das ist nicht merkbar gewesen. Ah, ja. Okay. Du hast leider mal wieder daneben gehauen. Das Geräusch. Und ja, wir haben ja eh ihn gefunden. Continue. Ne, ja. Du hast einen Security von 20 und hast einen Monopoly. Okay. Ich denke nicht, dass wir mit 17 da gut durchkommen. Braucht noch mehr Espionage. Sind keine neuen dazu, ne? Ja. Oh, wir könnten natürlich bei anderen Agenten von uns schauen, ob die irgendwas derartiges hätten. Aber die sind schon einigermaßen gut eingestellt, dass sie halt nicht unnötigen Kram haben. Ja, CIA. Wir müssten den CIA zu den APHZ. Kein Government. Das geht auch nicht. Das ist eine 2 zu 1 Geschichte. Das ist auch nicht gut. Die 1 zu 1. Aber den kann er wieder nicht suchen. Und er muss beim Suchen helfen, um bessere Stats von den Aliens rauszufinden, um den besser töten zu können. Australien möchte irgendwas Kriegsmäßiges. Nein. Weg. Wir probieren jetzt so eine Art One-Two-Punch bei dem Alien. Und zwar, du starrst den Alien weiter an. Und versagst dabei diesmal bitte nicht. Es wäre echt cool, wenn du nicht versagen würdest. Und chugst 1%. Also wenn Nalgo das schafft, dann ist das das Letzte, das wir rausfinden können über den. Besser wird es dann nicht. Das geht dann vielleicht auf 16 oder so. 10%. Das ist auch ein Teil von unserem Operations-Zweck. Das braucht ewig, das wieder aufzufüllen. Ich probiere mal... 8%. Das Angucken ist auch nicht gerade viel besser. Ne. Ne, 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 ne. Ich mache mit beiden gucken. Denn falls einer fällt, der andere das wenigstens schafft, dann haben wir alle Stats von dem. Und dann können wir gucken, wie die Prozentchance beim Killen ist. Und sonst müssen wir halt warten, bis sie mehr Espionage hat. Ja. So. RipDark hat Südkorea gesichert. Das heißt, wir können jetzt nach einem halben Jahr Frankreich sichern. Wo Gott sei Dank sich keiner drum gekümmert hat. Und wir ignorieren gerade, dass Kasachstan zur Hälfte dem Feind gehört. Wann kommt die Probe eigentlich an? Ist auch bald, ne? Sicher Frankreich. Spring ganz kurz. Wow. 3. September. Weg. Laos hat sich aufgelöst. Ja, wir haben jetzt alles an Stats. Das heißt, jetzt das zweite Scan bringt nichts mehr. Er enthralled gerade Elites. Sie hat gefällt. Was wir machen könnten, ist, wir könnten dem... 21 Security, du Arsch. Wir könnten dem Organisationen klauen. Das könntest du dann einfach noch machen. Müssen wir gleich mal gucken, wer dafür so alles zur Verfügung steht. Plus One Investigation. Das bringt jetzt nichts mehr leider. Ah. Fangen mit den Forschungssachen an. Noch mehr Kontrollpunkte. Ja, wir wollen ja noch Frankreich das letzte... Den letzten Kontrollpunkten schnappen. Das ist okay, nicht das. Weiter. Oh. Crash in den USA. Ablenkung. 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 Die Ends haben mitbekommen, dass wir sie auf dem Boden jagen und haben ein Schiff extra deswegen abstürzen lassen. Also. Achso, ist noch gar keine Zuweisungsphase. Jetzt ist eine Zuweisungsphase und wir haben neue Orks. Ist da was bei, was wir gerade gebrauchen können? 1 zu 1. 1 zu 1 ist gut. Dann kick mal. Kleines bisserl Boost raus. Und nimm dafür ein mehr Espionage rein. Alternativ. Dafür brauche ich dann wieder Criminal. Nö. Das hatten wir vorher auch schon. Nö. Nix spionagemäßig Neues. Nicht genug Erfahrungspunkte für was Neues. Zeigt mir die Prozentchance, wenn wir das Aiden komplett kennen. Töten. 30 Prozent. Nehmen wir. Besser, ja. Wir probieren's. 30 Prozent. Wir können jetzt nicht nachhelfen, indem wir den Walter scannen, womit wir nachhelfen können. ist den bestehlen. Und zwar. So. Kann noch jemand? Du könntest auch noch bestehlen. Targeting enemy Orcs. Es ist ein bisschen auffällig, wenn wir jetzt alle Akenten auf den Zustürm. Äh. Where do you need me? Machen den lang. Komm. Targeting your Assets. Flexo-Kanal. Flexo-Kanal. Alle. Alle. Wir klauen dem alle seine Orcs, dass er keinen Security-Mender durchbekommt. Wehe, du haust jetzt ab. Wehe. Also die Wahrscheinlichkeit ist ziemlich hoch, weil er jetzt schon seit zwei Runden da ist. Oh, come on. Ne, er hat was anderes vor. Enthrall Elites. Okay, er bleibt hier. Denke ich. Wir haben jetzt ignoriert, dass ein Raumschiff bei uns in den USA abgestürzt ist, ne? Das bin ich mir bewusst, aber das ist einfach zu lustig. Das muss ich machen. Du hast nur eine Orc. Und die hat nicht mehr Security. Ähm. Jaaaa. Ah, das ist sehr uneepisch. Ah, doch. Hat sie schnell was Neues geholt, das klauen wir auch. Aber es bringt uns nichts. Und schon müssen wir wieder... was rauskicken. Dinner. Sell. Und... Jaaaa. Okay, okay. Also hätte er wirklich mehr Orcs mit Security und hätten dann, keine Ahnung, zwei von den vier Taschentieben zwei Security Orcs dann rausnehmen können, dann wäre es vielleicht was geworden. Aber, ja. Na gut. Nächste Serien. Haben wir jetzt bloß zweieinhalb Runden oder was verbraucht von fast allen Agenten. Ah, Skandal. Graceful war das Beste, ne? Ja. Great Nations. United North America. Jetzt... Partikelbeams? Nein. Visible Combat Laser. Die brauchen wir, um zu den Bogenlasern zu kommen. Ich mach aber, glaub ich, lieber erstmal Anna einen kleinen Kram. So. Äh, Indien brauchen wir nicht. Du bist immer noch da. Tux. Null Prozent. Ja. Nein. Okay, okay, okay. Wir müssen das wieder ordentlich machen. Also. Nalgur. Haben wir noch ein anderes Alien? Nicht Assassinaten. Angucken. In Haiti. Das wird kein Alien sein. Ne. Also. Flexo. Wir müssen noch den Abschluss sonst angucken. Das macht aber nicht Flexo. Flexo geht wieder nach... Hause. Fushinu... ... geht nach... ... seinem neuen Zuhause. Ich bin hier. RIP... ...Dark... ... sichert die USA. Chokes gut die Crashsite an. Und Nalgur ist ja eigentlich unser... ... einer unserer Hauptbooster. Was Moral angeht. Hier unten ist okay. Nordkorea wird fallen. Kasachstan zurück. Kasachstan... Das können sie jeden Moment schnappen, ne? schon mal 40%. Sicher den Exekutivspunkt in Kasachstan. Dann nächste Runde ein bisschen boosten. Und dann übernächste Runde oder so versuchen das zu knacken und zu übernehmen. September war jetzt die Drohne, richtig? Also die Probe? Defend, defend, defend. Weiß. Gut. Oh. Die Probe ist angekommen. Und Merkur ist das ist okay. Ja. Take me there. Hallo. Bitte enttäusch mich nicht. Ja, das ist der, ne? Gut. Ja, 47. Okay, Gott sei Dank. Okay. Wow, aus dem Boston. Wollen wir gleich einen großen nehmen? Da. 238. Ne, 47. Machen wir das und bauen es dann vor Ort aus. Dann haben wir auch das Construction Modul im Orbiter noch fertig. Also, wir klauen uns alle. Richtig? Ja. Found Outpost. Manage. Also, du bekommst Strom Solar Collector. Ein. Zwei. Damit wir dann später einen davon aufstufen können, während der andere was macht. Äh, dann der hat die Mine. Es geht mir gar nicht wirklich um die Ressourcen, aber ja, wir nehmen die Ressourcen natürlich auch mit. Und da unten kommt die Hydroponics Bay, die dann später auch gestuft wird. Äh, ne. Da kommt ein Construction Modul hin. Damit wir auch ein Construction Modul auf dem Boden haben und damit allgemein die Konstruktion hier schneller gehen. Weil wir wollen ja das Ding möglichst schnell aufbauen. Auch auf Stufe 2 aufbauen. und dann äh, save. Äh, und dann möglichst viele Operations hinterher hinbauen, damit wir dann alle unsere anderen Basen aufstufen können, noch mehr kleine Asteroiden Basen aufbauen können und so weiter und so weiter. Ja, und das machen wir jetzt mit allen hier. Ich mache dann jetzt Found Outpost irgendwo irgendwas für 47 Boost und ich apply Hub Template und zwar das Ding mit Outpost Core, zwei Solar Collector und dem Construction Modul. Ja, ne. Also die anderen Fraktionen finden das vielleicht nicht so toll, aber das ist halt deren Problem. Wir werden dann recht hoch kommen mit verbrauchten Mission Control, aber wir sind immer noch deutlich niedriger als die Exoditen. Das heißt, wenn die Aliens anfangen rumzustänkern, dann sollten sie eigentlich auf die Exoditen gehen. Wir haben hier noch keine Informationen darüber, ne. Ja. Macht Sinn, dass die beiden im Krieg sind. Ja, komm, die haben 115 von 124. Ich sollte mir da nicht so einen Kopf machen. Ich bin da viel zu timid. Ja, ich mache jetzt alle andere Außenposten hier, gucke mir die Organisation an. Gucken wir unsere anderen Außenposten an, weil wir werden Mission Control überhaben danach. Und dann vielleicht noch ein großes Orbital ebenfalls für noch mehr Operation Center. Aber das mache ich auf Kamera, das ist ja einfach nur Klickerkram jetzt. Also bis gleich und wir sehen uns wieder mit einem vollgespammten Merkur. Und ich bin happy, dass es alles so geklappt hat. Also Zeitsprung hat sich gelohnt. und dann